Hallo Freunde, kleine Ansage, die mir sehr am Herzen liegt. Ich supporte dieses Jahr das Projekt 361 Grad Respekt, der YouTube-Jugendwettbewerb gegen Ausgrenzung. Und getreu unserem Motto Internet, do your thing, könnt ihr das genauso machen. Dieses Jahr geht es um ein Thema, über das wir alle Liedchen singen können, Mobbing und auch Cybermobbing. Und wer von euch sich jetzt denkt, glaubt, der Schmarrn geht mir nix an, was soll ich da? Wer sieht so alle? Falsch gedacht, die Vergangenheit hat gezeigt, du kannst noch so hübsch sein. Du kannst noch so beliebt sein. Jemand greift sich eine Schwäche heraus, ein Geheimnis, das du ihm anvertraut hast, ein Post oder ein Bild, das du unüberlegt ins Netz geladen hast und du bist dran. Cybermobbing fordert jährlich immer noch viel zu viele Opfer und jeder kann eins werben. Genauso aber kann jeder was dagegen tun. Die Idee hinter 361 Grad Respekt macht's ganz einfach. Ihr könnt selber Videos zum Thema machen und auf dem YouTube-Kanal von 361 Grad Respekt hochladen. Sämtliche Infos dazu, wie, wann und wo, findet ihr in der Videobeschreibung und natürlich auch auf dem Kanal, den ich euch überall verlinkt habe. Mit diesen Videos könnt ihr eure Geschichte erzählen, mit diesen Videos könnt ihr anderen Mut machen, mit diesen Videos könnt ihr eure Ideen hinaus posaunen, was man effektiv gegen Mobbing und Cybermobbing tun kann. Oder noch geiler, du bewirbst dich für eines von fünf Videocamps, wo du mit einem ganzen Team einen richtigen Kampagnen-Spot aufnehmen kannst. So oder so können wir alle in Zeichen gegen Ausgrenzung setzen, denn wir sind eine Community und zusammen sind wir wahnsinnig stark. Also, ich sag's doch mal, Internet, do your thing!